moin und hallo zur dritten mod vorstellung hier bei schöner agrartechnik ja heute gucken wir uns mal die ms pack an die schöner ms 1845 qb 1 standard quaderballen presse bisschen schicker gemacht bisschen modifizierter von schöner agrartechnik preislich 175.000 im schnitt wie die anderen ziemlich mit drin wiegt 13 tonnen 20 km arbeitsgeschwindigkeit 1 meter 80 bis 2 meter 40 bombenfeste ballen auswahlmöglichkeiten silage tank ja also sind ihr mittel tank ja nein das war's farbauswahl noch nicht können wir noch machen machen wir wahrscheinlich kommt dann noch kommt jetzt im schicken schöner färmendesign daher ja tolle presse gucken wir uns mal im einsatz an würde ich sagen hier ist sie wartet auf ihren einsatzbefehl und suchen uns mal ein kleines schwapp würde ich sagen fahren wir mal hier in die reihe gucken ob da vorne los ist da ist alles frei schicken wir los 20 km h durchgehende arbeitsgeschwindigkeit keine fehler läuft einwandfrei das gerät jetzt sind wir ein bisschen in verkehr geraten mal sehen ob sich das von selbst löst aber ich denke schon hier mähdrescher auch von schöner agrartechnik alles aus einer hand kommt in einem der nächsten videos ich würde sagen viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen gucken noch einen augenblick gibt es natürlich der schlug geflugge 2 2 sound 2 3 2 4 4 6 6 Ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr ein Däumchen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn ihr den noch nicht habt. Und wenn ihr die Presse haben möchtet, die stellen wir euch auf unserem Discord-Server zur Verfügung. Den Link zum Discord-Server findet ihr in der Kanal-Info. Ja, das war's soweit, würde ich sagen. Danke fürs Reinschauen und über ein Like würden wir uns freuen. Dann bis zum nächsten Mal.